Herzlich Willkommen zu die Filmanalyse, heute mit Kiss the Cook von Jon Favreau. Dies ist weniger ein Film über Kochkunst als über Kunst und Kultur allgemein. Und der Film zeigt uns das ganze Ausmaß der Krise, in der sich die Kunst und die Kultur befinden. Jon Favreau ist nicht nur der Regisseur, sondern spielt auch die Hauptrolle. Er gibt einen hochgelobten Koch, der in einem Restaurant arbeitet, aber dem Inhaber unterworfen ist. Er hat also nicht so sehr freie Hand. Er macht dort gutes Essen. Das ist nicht unbedingt Haute Cuisine, aber eben sehr gutes Essen. Er ist sehr beliebt. Dieses Restaurant ist immer gut ausverkauft. Er hat also eigentlich keine Probleme, wünscht sich aber doch etwas kreativer sein zu können, tatsächlich Kochkunst machen zu dürfen. Nun kommt eines Tages ein berühmter Internet-Restaurant-Kritiker in dieses Lokal und verteufelt dieses Essen, dann in seinem Blog als altbacken, unkreativ, uninspiriert und so weiter. Es verbreitet sich diese Kritik dann viral auf Twitter und der Koch und der Kritiker beginnen dann auch einen Krieg auf Twitter. Und dennoch lässt sich der Inhaber nicht davon überzeugen, die Speisekarte zu ändern. Seine Argumentation ist rein marktwirtschaftlich. Wir sind ausverkauft, den Leuten schmeckt es also. Was soll das Ganze? Künstler können sie in ihrer Freizeit sein, aber nicht in meiner Küche. Der Koch, der aber, so scheint es zumindest, nicht nur für den Massengeschmack kochen will, begibt sich dann auf Abwege. Er verlässt das Lokal, er geht zurück zu seinem Sohn und seiner Ex-Frau und sie begeben sich auf eine Reise durch Amerika, um dort auch neue Inspirationen zu bekommen. Inzwischen ist er auch ein Star geworden, und zwar im Internet durch seinen Twitter-Account, aber auch durch seine derben Ausbrüche gegenüber diesem Restaurant-Kritiker. Hier aber verschleiert das Drehbuch ein Missverständnis, das das Drehbuch selbst geschaffen hat. Denn eigentlich sind sich ja der Koch und der Kritiker doch einig. Beide wollen sie Anspruch, nur das Problem ist, der Koch könnte diesen Anspruch bieten, wenn nicht dieser idiotische Inhaber wäre. Es ist also einfach nur ein Missverständnis, das zu klären wäre. Doch der Film löst dieses Missverständnis bewusst nicht auf, weil der Film dann gegen sich selbst Stellung beziehen würde. Kiss the Cook ist nämlich genauso wie das Essen, das im Restaurant serviert wird. Ganz nett arrangiert, hübsch anzusehen, auch bekömmlich, aber völlig langweilig, unkreativ, kurz, keine Kunst. Und so geschieht etwas ganz Bezeichnendes. Als sich dann der Koch in Miami aufhält, kommt er auf die Idee, einen Imbisswagen mit kubanischem Fastfood zu eröffnen. Zusammen mit seinem Sohn und einem Assistenten reisen sie dann mit einem Imbisswagen quer durch das Land und twittern immer, wo sie sich gerade befinden. Es kommt dann zu einem in diesem digitalen Zeitalter typischen Hype. Überall, wo dieser Imbisswagen aufkreuzt, scharen sich schon die Menschen davor und wollen unbedingt bei diesem berühmten Koch nun ein Sandwich vertilgen. Wir sehen hier aber die fatale Situation der Kunst. Statt den Anspruch zu wahren oder zu sagen, jetzt kann ich wirklich frei sein und versuchen, mich künstlerisch auszutoben in der Küche, dient man sich lieber noch weiter dem Massengeschmack an. Und das tut man sehr geschickt. Der Koch eröffnet natürlich jetzt nicht eine McDonald's-Fiale, sondern er macht Fastfood, aber mit ein bisschen Raffinement, mit dem Gewissen etwas. Denken wir dabei nur an die hippen Burgerläden, die überall florieren. Oder denken wir auch an Künstler, die sich nicht zu fein dafür sind, plötzlich Handtaschen von Louis Vuitton zu designen. Nicht vergessen sollten wir auch Musiker, die plötzlich ihre eigenen Parfums kreieren. Und natürlich denken wir dabei an die großen Regisseure und Schauspieler, die sich plötzlich auch für nicht zu schade sind, immer mit der Argumentation, den Leuten gefällt es doch. Das Hinterlistige an Kiss the Cook ist aber, dass am Ende auch der Kritiker noch von der ganzen Sache begeistert ist. Ja, er sogar dem Koch ein eigenes Geschäftsmodell vorschlägt und er wird nicht mehr länger über ihn schreiben, er wird ihn stattdessen anders finanziell fördern. Kritik am Markt, so zeigt uns dieser Film, führt letztlich nicht dazu, dass man sich unabhängig macht, sondern führt dazu, dass man noch mehr im Markt mitmischt. Und gilt das nicht auch für den Film, für die Filmkunst im Allgemeinen? Nachdem man sich Kiss the Cook angesehen hat, kann man sich nur den Protesten gegen das Freihandelsabkommen TTIP anschließen. Denn der Film bietet uns buchstäblich einen Vorgeschmack auf das, was der europäischen Hochkultur droht. Sie wird bald auch nur noch Teil des Marktes sein. Noch mehr Markt wird es heißen. Subventionen, die auch eine Unabhängigkeit ermöglichen werden, abgeschafft werden. Die Buchpreispindung wird aufgehoben und jeder Künstler muss dann sehen, wie er sich am Markt behauptet. Künstler werden so wie der Koch, ein Imbissbudenbesitzer, die marktkonformes Zeug produzieren und das Ganze mit ein bisschen künstlerischer Raffinesse versehen. Und die sich dann als Ich-AG ständig selbst vermarkten müssen. Kunst ist dann nur noch Genuss. Kunst und Genuss, so heißen ja schon viele Galerien. Und beim Kino brauchen wir nur an das Kino Vino zu denken. Dem Kritiker kommt bald dann auch nur noch die Aufgabe zu, neue Geschäftsmodelle aufzuspüren. Die Haute Cuisine spielt in Kiss the Cook überhaupt keine Rolle mehr. Übertragen auf die Kultur heißt das, Kunst findet dann nicht mehr statt. Hätte der Markt entschieden, so müssen wir uns immer mal wieder in Erinnerung rufen, würden wir heute Schiller, Kant, Wagner usw. nicht kennen. Auch ein großer Theatermacher wie Robert Wilson, der sehr vom subventionierten Europa profitierte, hätte überhaupt keine Chance gehabt, sich jemals durchzusetzen. Harvey Weinstein, dieser große Produzent, ist ja in Cannes jetzt aufgetreten, hat Netflix verteidigt, hat gegen Subventionen gewettert, hat gesagt, die Filmförderung, die europäische, die ist vollkommen falsch, die Staaten sollen lieber ihr Geld in Krankenhäuser stecken. Natürlich ist das amerikanische Gesundheitssystem ja bekannt, dass es ein besonders gutes ist, aber davon einmal abgesehen, sollten wir bei Weinstein auch daran denken, dass er es war, der 20 Minuten aus Snowpiercer kürzen wollte, weil er einfach einen schnöden Action-Thriller haben wollte, der sich besser an der Kasse verkaufen lässt. Kunst und kommerzieller Erfolg schließen sich gewiss nicht aus, aber sie gehören auch nicht zwingend zueinander. Natürlich kann man jetzt einwenden Weinstein, der produziert da auch Tarantino. Doch was, wenn Tarantino eines Tages nicht mehr so kommerziell erfolgreich sein sollte, ob dann diese Freundschaft halten wird, das ist fraglich. In gewisser Weise ist es so auch ein Besetzungskuh, das ausgerechnet Robert Downey Jr. in einer Nebenrolle mitspielt, war er es doch, der in letzter Zeit wirklich ein Terrain machte um den Independent-Film, in dem er sagte, das sind alles Leute, die nicht professionell sind, die mit Geld nicht umgehen können und er möchte nur noch bei großen Produktionen wie Marvel usw. mitmachen, weil dort einfach das Geld stimmt und auch die Organisation usw. Ja, hier zeigt sich die grenzenlose Geldgier, die über jedem künstlerischen Anspruch steht. Robert Downey Jr. und Harvey Weinstein sind die feisten Gesichter einer Kino-Unkultur, die dem Zuschauer etwas Honig ums Maul schmiert und das dann als kulinarischen Genuss verkauft. Die Leute im Film Kiss the Cook, die mampfen nur, aber sie essen nicht und wenn TTIP kommt, dann kann man sich sicher sein, dann schauen wir nur, aber wir sehen nicht. Vielen Dank.